Hi, ich bin Anita und ich begrüße euch in der Paulmann Lichtwelt. So ein Esstisch wird ja meistens für die unterschiedlichsten Situationen genutzt. Zum Beispiel für einen gemütlichen Abend oder für die Hausaufgaben der Kinder. Klar, dass das Licht dann flexibel einstellbar sein muss. Heute gebe ich euch fünf Tipps, wie ihr für jede Gelegenheit die richtige Beleuchtung habt. Für die Beleuchtung eines Esstisches empfehle ich euch das U-Rail-System mit Pendelleuchten. Richtig angebracht verhindern die Pendelschatten und leuchten den Esstisch richtig gut aus. Tipp 1 Länge der Pendel Damit am Esstisch keiner von der Pendelleuchte verdeckt oder geblendet wird, müsst ihr euch einfach an eine Grundregel halten. Die Pendelunterkante sollte in etwa 60 bis 70 Zentimeter über der Tischplatte hängen. Gleiches gilt übrigens auch für die Pendel über einem Tresen. Tipp 2 Abstand und Anzahl der Leuchten In der Regel greift man zu einer ungeraden Zahl an Leuchten. Damit es harmonisch wirkt, würde ich euch entweder wie hier drei oder fünf empfehlen. Der Esstisch sollte dabei natürlich immer gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Ihr teilt den Tisch zunächst in Viertel auf und platziert dann die Pendelleuchten auf den Trennern. Tipp 3 Dimmbarkeit der Lampen Achtet darauf, dass die Lampen dimmbar sind, denn gerade bei den Hausaufgaben sollte das Licht heller sein als beim gemütlichen Abend. Übrigens mit dem U-Rail-System ist das gar kein Problem. Tipp 4 Die Farbtemperatur Bei der Auswahl der Leuchtmittel könnt ihr zwischen warmweißen und tageslichtweißen Lichtfarben wählen. Warmweiß ist eher gemütlich, wobei sich tageslichtweiß super zum konzentrierten Arbeiten eignet. Tipp 5 Größe des Raumes In kleinen Räumen reichen die Pendelleuchten über dem Tisch oft schon aus. In größeren Räumen verleihen weitere Leuchten dem Raum Struktur und Tiefe. Zum Beispiel könnt ihr mit Spots eure Bilder an der Wand oder Dekoobjekte erstrahlen lassen. Und das Gute ist, wenn ihr euch für das U-Rail-System entschieden habt, könnt ihr die Wandbeleuchtung direkt mit in die Schiene integrieren. Habe ich euch jetzt auf den Geschmack gebracht? Dann schaut euch mal das Montagevideo von Jens an. Abonniert einfach den Kanal, wenn es euch gefallen hat oder schreibt mir einen Kommentar dazu. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Anita